So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Kristall Edition. Wir sind im Untergrund vom Untergrund, also im Untergrund oder so, weil wir den Intendanten des Radiosenderturms retten müssen, weil Team Rocket sich da breit gemacht hat. Und ja, immer zu den unpassendsten Momenten kommt halt immer der Rivale und das war auch hier der Fall. Es ist mir klar, wenn du dich verläufst. Du triffst hier auf, du bist ein Opfer. Cooler Typ. So, mal schauen, wie groß der Untergrund hier ist. Rocket hat nur ein Radfratz. Wow. Das ist nicht mehr Verteidigung, ey. Also wenn ihr einen Bodyguard sucht, holt euch Team Rocket. Fuchtler. Scheiß, Mann, das ist sogar schneller, Mann. Scheiß Ruckzuck, Hieb. Und dann ist es doch weg. So, das war ein schöner, äh, sieben, acht, acht Schadenspunkte. Du glaubst, du bist cool, hä? Ja, tschüss. Ach, komm. Ist das so eine Geheimwand, die man irgendwie aufklappen kann? Nee. Ich erinnere mich halt irgendwie gar nicht mehr an den Untergrund. Echt nur einen Rollladen und ein anderer schließt sich. Ich wette, du kommst nicht so weit, wie du es dir vorstellst. Naja, ihr Rüppel nervt halt ein bisschen, aber ansonsten alles, alles easy. Level 23 Alter, sind die scheiße Hä, die im Radiosender hatten noch Level 28 Gab es 30 Wow Okay Vielleicht ist es auch nur Verwirrung Und er setzt jetzt zwei sehr schwache Pokémon ein Nur damit das dritte Pokémon umso stärker sein kann Klare Sache Radfratz Ja, ja Das soll auch nur Verwirrung sein Ja Du hast jetzt Level 9 25 Ja, das ist schon zwei Level höher Man kann ruckzuck Oder auch nicht Wusste ich Bescheid Oh, das ist weg Verflixt, meine Unentschlossenheit war mein Ruin Das war wieder ein Schuss Und dann noch Noch mehr Alter, der da unten ist ja fancy Uff Wir sind von den Rollläden verwirrt Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mich besiegst Ach toll Jetzt Das ist eine Rätselkammer Also war das tatsächlich eine Trickwand, die man irgendwie aufmachen kann Das sind starke, starke Gegner Ding, tief Äh, Foklar Komm Volltreffer Schleimer Okay, komm Das ist doch mittlerweile nicht mal mehr eine Herausforderung Ist halt einfach tot Ist halt einfach weg Äh, ich hab's vermasselt So, dein Tipp brauche ich nicht Genau Schalter Ja, es hat was mit den Schaltern zu tun Ähm, da oben ist noch einer Und da ist auch noch einer Schalter 1 Wir machen einfach alles an Da drüben ist keiner Okay Gut, Schalter 1 hat mal wieder alles verbockt Schalter 2 Dann der Schalter 3 Ohrschaden Dann öffnet sich hier was Wenn wir nur Schalter 2 anhaben Dann geht's zumindest hier runter Aha Aha Sie haben das Projekt abgebrochen Noch ehe sie fertig waren Ich suche nach Überresten der Beute Ach, haben wir hier wieder Diebe? Ist es ein Dieb? LOL Die kleinen Fucker gibt's immer noch Dieb Franco Die waren ja schon in Pokémon Blau richtig geil Das war ein richtiger kleiner Arschlöcher, ey Starper Mach fertig den Feuerhund Alter Komm, 507 Erfahrungspunkte Das kann's doch keinem geben Gib mir gute Erfahrungspunkte Ich brauch auch Level-Ups Ich hab ne Liga zu bekämpfen, Mann Gut, wenn die jetzt in der Liga Level 35 haben oder so Dann ist mir das jetzt auch nicht geil Ich muss echt mal tippen Welches Level haben die denn in der Liga Wenn wir jetzt gegen Level 30 maximal kämpfen Level 32 Das muss ja jetzt schon drastisch unten sein So, warte, wir machen mal Schalter 3 an Dann ist da zu Machen wir mal Schalter 1 aus Ah, ne An War Schalter 1 Ah Okay, es geht weiter Wirf deine Goodies hier rüber Das ist das erste Mal, dass ich wirklich Goodies lese Wow Alter, der Dieb will meine Goodies klauen Kannst mal einen Münzkorb haben Den Haben wir eh gar nicht befüllt Brauchen wir eh nicht Ah, der Level 23 Das ist so krass Ich muss, ich, ich muss mal tippen Wann waren wir Mit unserem Starter-Pokémon auf Level 23 Part 15 Rum Zirka Ich, ich tippe mal auf Part 15 oder so Und Wir sind ja jetzt in Part 34 Und die haben Alter, sind die Sind die schwach Sind die schwach, ey So, Flammenrad Eisenschweif Shit Was haben die denn jetzt mit Giftattacken, ey Ach komm, Roland Komm Das ist doch Ach, ne Soll ich mir die Top-Genesung gönnen, oder was wollt ihr Drei Mal Komm schon Au Perfekt Magma wurde besiegt Und damit auch Paolo Gnade So Nächstes Gegengift rein klatschen Da Aber Supertränke haben wir keine mehr, ne Genau Dann noch Fluchtseil Paraheiler Super Schutz Noch eine von Team Rocket Hyperheiler Die wussten Bescheid Links liegt noch ein Item Was haben wir hier? Das ist die Hauptsteuerzentrale Hast du dich verirrt? Nein Das kann nicht sein Es ist keine Angst in deinem Blick Ich zeige dir etwas, das die Angst macht Wow, okay Sorry Ich Ich hab mich verirrt, aber hab halt keine Angst, ne Ich mein, hier unten sind ja auch noch andere Menschen und Kinder Die verdammte Diebe, die ja auch irgendwie aussehen wie 10 Okay, scheiße, jetzt hab ich Angst, Mann Ich hab Angst Oh klar Ich hab Angst vor Level 25ern Goddammit So, nochmal Aber immerhin kriegt unser lieber Tim Vorausgesetzt, er stirbt jetzt nicht Ein Level ab Und du flottest keine einen Erfahrungspunkt Level 40 Angriffswert ist Hydro-Pumpe Ja gut Wir können Surfer halt nicht mehr verlernen Ich will Surfer wegkriegen Ne, ich glaub Ja, sorry Mann Das wär jetzt cool gewesen Wie konntest du Ah Notfall Er ist ausgeschaltet Na klar Notfall einschalten Warte Haben wir hier Huch Ich will den Notfall bitte einschalten Jetzt ist alles offen, ne Außer Das da links Ich will Ich will das Item da noch Schalter 3 Schalter 3 Wenn wir Schalter 1 ausschalten Können wir hier runter Shit Wenn wir an Schalter 2 rumwerkeln Dann ist Warte Da ist zu Da ist zu Dann machen wir dich nochmal An Ja Nein Ach scheiße Ich will das Item da hinten Warte mal Äh Wenn wir mit Schalter 3 rumhantieren Ja War das dann offen Gar nichts Ich hör mir halt mal auch merken Was die ganzen Schalter öffnen und schließen Aber Nee Schalter 2 einschalten Nee Schalter 2 ausschalten Und nochmal Schalter 1 Ah Das ist verwirrend Auf gut Glück hier Shit Nochmal Schalter 3 Ach komm So viele Kombinationen Gibt es doch gar nicht Vor allem ich finde jetzt nicht mal mehr den normalen Eingang So Jetzt ist Hier in der Mitte offen Und da links immer noch zu Okay Nee Scheiß auf das Item Ich will jetzt einfach nur noch doch durchkommen Runter Äh Ich hab keine Ahnung So Nein Ah hey Das Item Cool Ich hab keine Ahnung was ich gemacht hab Ein Rauchball Ich hab echt keinen Plan Okay super Und wie komm ich jetzt Einmal bitte zum Ausgang Also zum Ja Okay Nein Scheiße Nicht okay Fuck Was ist die Reihenfolge Was ist die Reihenfolge Dich noch Ich hab keine Ahnung Shit Nein Oh Kopfschmerz Nein Mach mit Dich Shit Shit Okay welcher Schalter macht rechts unten auf Der macht rechts und links auf Dann müssen wir wahrscheinlich dichter öffnen Anschalten Shit Also Schalter Ne Schalter 1 macht rechts unten auf Ne Hä Schalter 2 macht rechts unten auf Was ist das denn für ein dummes Reihenfolge Hä Jetzt kämen wir nochmal zu dem Item Da will ich gar nicht mehr hin Ich hab's doch Ich will da rechts Ich will Ich muss kurz resetten So Schalter 1 Mach die Tür auf Dass wir hier lang gehen können Okay Ist notiert Schalter 2 Lässt das Ganze hier immer noch offen Und macht gar nichts Wirklich Gescheites Irgendwie Also Schalter 2 Scheiße Oh Gott Schalter 3 Mach nochmal alles zu Mach nochmal alles Hä Wie öffnet sich denn die Tür rechts unten Muss das jetzt echt eine bestimmte Kombination sein Müssen alle an sein Der ist ausgeschaltet Anschalten Jo Strange Okay Dann würde ich sagen Hier im Hauptquartier Ach keine Ahnung Im weiteren Untergrund Geht's im nächsten Part weiter Wie immer Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Part Euer HansenPeter Ciao